Folge 32 von Oxygen Not Included Das ist irgendwie ein doofer Weg da lang, aber anders geht das wohl nicht. Haben wir doof gebaut, oder wie sehe ich das? Könnte sein, ne? Müssen wir mal gucken, wie wir das hinkriegen. Hier gibt es auf jeden Fall noch Rohstoffe. Was ist mit Essen? 8900. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Hier unten haben wir Wasser drin. Was macht unsere Kühlung? Unser Kühlsystem für die Zukunft. Okay, wird gerade gebaut. Ja, da wird noch viel gebaut. Wie ist es in die Prio hier oben? Auf 6, okay. Kommen die nächsten zwei. Was machen die? Die bringen Ware. Und sie baut schon und hat aber auch irgendwas in sich steckend. Eine Lebensmittelvergiftung, die aber relativ zügig weg sein sollte. Okay, da kommen wir langsam, aber sicher voran. Wie weit ist die Leitung hier schon fortgeschritten? Okay, da. Bis wohin geht die hier? Geht die irgendwo den Wand lang, oder was? Okay, die hört da auf. Sollte vielleicht da weitergehen, ne? Oder? Da ein bisschen abkühlen und dann geht's weiter. Hm. Haben wir was vorgehabt, ne? Wie man sieht, aber was... Schwierig. Hier wird auf jeden Fall fertig gebaut. Die Pumpe hat noch keinen Anschluss. Die kommen von da rüber gesprungen, das heißt, ich kann doch hier unten schon mal weggraben, oder? Müsste eigentlich gehen, oder? Ja, glaube ich schon. Notfalls arbeiten wir mit der Leiter. Aber Leiter ist gut, ne? Die können wir doch zerlegen erstmal, oder? Obwohl eigentlich auch nicht. Zerlegen, abbrechen. Lass die mal da, weil dann können wir das vielleicht noch bauen. Das ist echt krass hier, dieses Stückchen für Stückchen, ne? Hier können sie hochklettern, ne? Essen, 8000. Er ist auch gut hier am Omelettesbraten, glaube ich. Ist der frittierte Matsch eigentlich schlimmer als... ...der normale Matsch? Qualität ist fürchterlich, Matschriege. Gucken wir doch mal an genau hier. Verderbzeit, vier Zyklen, okay. Sonst gibt's keine Infos darüber. Nahrung, gibt's denn den frittiert-Beeren-Matsch? Okay, frittierter Matsch. Und gibt's dann noch den normalen Fritt-Matsch? Matschriege. Jetzt die Frage, Qualität, grässlich, Kalorien, Achtung. Also der Matschriege ist schon mal qualitätsmäßig... ...bisschen besser, aber... ...ob der dann Lebensmittelkrankheiten macht, weiß ich nicht. ...drei neuen Nahrungsmangel, ist klar. Hatten wir noch lange nicht mehr, ne? Was macht denn hier unser Wasser eigentlich hier in der Leitung? Geh das jetzt mal voran? Ne, stockt sich immer noch alles hier. Wir müssen gucken, dass wir da so einen Ausfluss da reinmachen und dass das dann... ...so funktioniert, glaube. Diese Pumpe pumpt das Wasser jetzt hier hoch. Muss die das da hochpumpen, ist die Frage. Hier hinten ist noch eine Toilette. Da wird das Wasser nach da laufen. Ah, schwierig. Pumpt die ja auch hier unten runter? Ja. Ging ja gerade. Also hier unten für macht Sinn, dass es hinpumpt. Hier oben... ...würde ich das jetzt eigentlich kappen wollen? Einfach aus dem Grunde, weil diese Wasserversorgung doch besser hier von oben gemacht wird, oder? Kommt ja auch hier schon an, ne? Jetzt haben wir da ein Rohr... Ne, das ist ja schon da, ne? Äh, zerlegen. Ich möchte das mal zerlegen. Und ich glaube... ...das brauchen wir in dem Sinne so nicht... ...das auch zerlegen. Wir müssen allerdings hier ein paar Brücken bauen, die jetzt anders sind, dann. Äh, ja. Sanitär. Rohrbrücke. Das Wasser fließt so rum. Drehen. Da hinbauen. Geht natürlich nicht, sonst shit. Das bedeutet... Das musste doch so funktionieren. Wasser läuft hoch, ja. Schade. So musste schon doch sein. Ja, geht gerade so, ne? Wo kommt das Wasser? Oh, das ist schmutziges Wasser. Wo kommt das weg? Ist auch nicht von hier ganz oben, doch. Shit. Wieso ist hier jetzt das Wasser hingeschmolzen? Ah, ich verstehe es nicht. Putzen. Aber ran schnell. Das muss priorisiert werden, einfach aus dem Grunde, weil wir sonst... ...ja, das ist doof, ne? Warum ist das jetzt passiert? Ich hab doch hier schon... Das muss ja bei Tür aufmachen, dann runtergeflossen sein, oder was? Wie soll's denn hier sonst hier rüberkommen, oder? So ein Shit auch. Ich verstehe nicht, was da gerade passiert ist. Jetzt ist natürlich Nacht, jetzt putzt keiner, ne? Doch, sieh hier, die Nachtschichtlerin. Was machen die Betten? Ah, hier sogar jetzt noch eins frei. Sie pennt dann in dem Bett da sogar. Okay. Hier unten eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Ja, ich hab elf Betten letztes Mal gezählt, oder? Hab ich hier, naja, drei, sechs, zwölf, dreizehn, vierzehn Betten haben wir jetzt hier auf jeden Fall. So, alle sind am Putzen, das ist schon mal wichtig. Hier wäre wichtig zu sein, obwohl da unten ist mir noch sogar relativ egal. Hier ist blöd, dass das Wasser jetzt hier reingegangen ist. Schmutziger. Tendenziell neige ich gerade dazu, da einen Stein hinsetzen zu wollen. Damit sich das nicht verwischt. Oh, hier ist auch noch sauberes Wasser jetzt von unserem Umbau. Na, hier fehlen noch zwei Stück Leitungen jetzt. Noch mal schnell die Prio hoch dafür. Ne, sogar nur eins. Ist schon fertig, oder was? Ist auch fertig. Manitär läuft jetzt. Waschbecken kriegen wieder Wasser. Sieht gut aus, oder? Ja, da haben wir wohl irgendwie Mist gebaut gehabt, leider. Und da ist auch Blaues wieder reingekommen, also läuft das. Gut, äh... Damit müsste es ab und zu ja hier funktionieren, weil wir da jetzt Wasser da abnehmen und das kommt nicht von hier unten, oder? Ja, oder? Ja, schwierige Sache. Ganz schwierige Sache. Gebäudeeingang. Klar, 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 und da ist der Ausgang. Aber warum hier ist, äh... Ach, die haben wir ausgeschaltet wegen Essen machen. Aber das sieht gerade gut aus. Dann lass die doch mal wieder einschalten. Dann sollte das vielleicht auch wieder funktionieren. Wie sieht's hier oben aus? Ah, da gibt's jetzt Fischaufträge, ne? Prio. Also die Prio müssen wir hier definitiv auf 6 setzen. Hm, die sind schon alle auf 6. Mach das mal alles hier auf 6. Dann sollen sie das erst hier fertig machen. Wischen und so. Das ist auf jeden Fall eine Schleuse, wo keine Flüssigkeit durchkommt. Man, oder? Eine Luftschleuse. Stopp mal. Flüssigkeit und Gasfluss hält den Druck zwischen den Bahnen. Ja. Dann lass die automatische Bräu aber nicht. So, jetzt ist das schon mal fertig. Hier fehlen Rohstoffe, die wir jetzt hier unten hoffentlich gleich mal bauen. Da fehlt aber Strom. Wieso fehlt Strom? Ah. Jetzt lässt da gerade einer das Ding laufen. Aber auch nur ganz kurz. Mal gucken mit dem Strom. Batterie macht hier und der macht hier auch, aber... Irgendwie sieht das nicht so toll aus. Ich würde ja jetzt schon mal langsam anfangen, hier die Priorität mit dem Essen, äh... Ernährung zu ändern, in dem Falle, dass man den Matsch-Riegel nicht mehr isst, ne? Hau mal. Die sollen den Frittierten-Riegel essen. Der ist dann auch besser, oder? Dann haben wir nur noch 1850 da. Aber er ist doch permanent und ständig da am Kochen. Das muss ja dann auch werden, oder? Na, ist er nicht. Mach das mal höher. Die Matsch-Regel vor Aktion hat welche Stufe? Der hat sogar Stufe 9. Komm, Essen ist uns wichtig erstmal. Der muss da so wieder in irgendeine Bratulia kommen. Da haben wir nämlich schon wieder sehen. Nicht so viel. Der muss da auf 9 stehen erstmal. Der Gasherd müsste fertig werden. Dafür müssen wir mal einiges anderes machen. Arbeitsauftrag, Ausgangsrohr voll. Irgendwas ist hier doof. Das müssen wir irgendwie anders regeln, hier. Wie sieht denn das hier mit einem Becken hinbauen aus? Und dann das Wasser da reinfallen lassen? Ausgangsrohr voll. Deswegen läuft das wieder nicht. Ich baue da ein Becken hin. Wir machen das hier zu. Oder hier hinten zu. Ist da Schleim? Nein. Das würde ja komplett durchgehen, ne? Da ist ja auch Wasser, ne? Das wollen wir mal ablassen, irgendwann. Hier runter nach da, oder? Ne, das pumpen wir besser ab mal. Ich glaube, wir machen hier ein großes Becken hin. Hier zu. Hier zu. Da, ne Wand ist klar. Und dann graben wir mal hier los. Das soll erstmal losgegraben werden. Kommt dann da zurück, oder? Auf jeden Fall. Oh, jetzt wird hier schon was gemacht. Sehr interessant. Okay. Sieht's hier oben aus? Okay, da fehlt noch ein Stück. Dann ist die Leitung da schon mal fertig. Da brauchen wir nicht putzen, weil wir das grundsätzlich so lassen. Die Leitung lassen wir bis da. Das ist auch gut. Was sagt der Strom? Die Leitung ist bis da auch. Also die Pumpe ist mal irgendwann funktionstüchtig. Gebraucht Vakuum. Ja, müssen wir gucken. Machen wir dafür eine Tür hin. So eine. Mit Prio 6. Und dann müssen wir mal gucken, wie es wird. Und das macht Essen null Kalorien. Das ist schon wieder schlecht. Was ist hier das Problem? Kein Matsch. Der wurde aber gerade geliefert. Wir müssen hier unbedingt gucken, dass das fertig wird, oder? Ist das wohl hier oben? Doch, da fehlt auch... ...Kupfer. Kupfer. Machen wir da drei Stunden von. Ja, Essen null. Ne, 800. Wow. Mellos ist zu wenig. Omnett haben wir nicht ausgewählt. Mellos. Ne, das war falsch. Da draufklicken und dann das Ausschalten. Das andere ist auch da. Eine Mellos war da sogar noch drin. Sehr interessant. Na ja, dann haben wir jetzt ein bisschen Essen mehr dadurch. Jetzt habe ich nicht den angeklickt, sondern eingelegte Mahlzeit. BBQ. Omnett können wir machen. Okay. Machen wir doch mal eins. Gut, hier wird auf jeden Fall gearbeitet. Und ich hoffe, da geht jetzt auch einer hin und kocht. Ja, das ist so. Das ist super. Hier kommt jemand und baut die Wand fertig. Das ist auch cool. Das bedeutet, dieses Becken für Wasser kommen wir voran. Hier wird jetzt von unten gemacht, aber ist egal. Hier fehlt noch unsere eine Leitung. Ist aber Rohstoffe sind jetzt da. Ja, wird spannend, ne? Okay, das Material kommt auch. Hier müssen wir gucken, dass wir die Leitung dann umbauen. Ne, Sanitär. Auslauf kommt hier hin. Pumpe kommt da hin. Leiter kommt da hin. Und die machen wir gleich zu, die Luke, oder? Dann wird da schon mal dran gearbeitet. So, Leitung nochmal. Sanitär. Rohr. Das ist heißes Wasser, was da nachher kommt. Wäre super, wenn das ein isoliertes Rohr wäre, ne? Das lassen wir erstmal so. Das ist Gebäudeausgangsrohr. Das bedeutet, das wird nachher so verbunden. Dann sollte das irgendwie funktionieren. So, da sind noch Baumaßnahmen gefragt. Das funktioniert erstmal so. Aber dann machen wir noch einen Boden hin. Was haben wir denn hier so für Material, ne? Da ist ja schon das Bessere ausgewählt. Äh, das da oben war fehlgelaufen. Gut. Dann ist das doch schon mal was, oder? So, der kann da basteln. Die Tür. Zerlegen mal. So, da geht's jetzt voran. Und ich würde mal sagen, wir machen ja erst wieder einen Cut. Äh. Ja. Unsere Folge ist damit durch. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Äh. Wenn ihr noch kein Abo habt, macht eins. Wenn ihr, hab ich die Glocke schon gehabt? Weiß ich gar nicht jetzt gerade. Äh. Dann macht euch die Glocke an. Dann kriegt ihr mit, wer ich das nächste Video hochlade. Kommentare herzlich willkommen. Schreibt rein, wenn ich hier was richtig oder falsch mache. Was ihr davon haltet, etc. und sofort. Und, ja. Teilt das Video auf anderen Kanälen. Dann kriegen andere Leute auch mit, dass es hier so ein Let's Play gibt. Okay, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.